Hi, Timo hier von Cloudworks. Schau dir dieses Video an, um mehr über den Einsatz von Salesforce zur Optimierung eurer Unternehmensprozesse zu erfahren. Wenn es Leidzeit, jeden Tag aufs Neue manuell Dokumente zu erzeugen, immer und immer wieder dieselben E-Mail-Texte zu tippen, wenn ihr im laufenden Prozess ständig zwischen Excel und anderen Tools hin und her switcht und so wertvolle Zeit verliert, dann schau unbedingt weiter. Wir helfen Unternehmen dabei, alle Unternehmensprozesse in einem einzigen System abzubilden und zu automatisieren im Salesforce. Von der Lead-Generierung über Angebotserstellung, Versand und operativen Geschäft bis hin zur automatisierten Abrechnung und Buchhaltung. Wenn du es noch nie mit Salesforce gearbeitet hast, wirst du wahrscheinlich einige Fragen haben, wie zum Beispiel, welche Prozesse lassen sich in meinem Unternehmen überhaupt automatisieren, wie schnell kann Salesforce für mich implementiert werden, macht es überhaupt Sinn für mich oder ist es vielleicht einfach zu teuer? Alle diese Fragen beantworte ich dir gerne persönlich in einem kostenlosen 60-minütigen Salesforce-Strategie-Workshop. Dann zeige ich dir, welche Datenstruktur für dein Unternehmen perfekt passt, welche Prozessschritte du automatisieren kannst und wie du einfach das meiste aus dem System holst. Also, wenn auch du immer wiederkehrende, zeitfressende Tätigkeiten leid bist und du für euer Unternehmen reibungslose Abläufe mit 100%iger Transparenz wünschst, dann klicke auf die Schadfläche unten und buche noch heute deinen persönlichen und kostenlosen Salesforce-Strategie-Workshop. Danke.